Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Ihr seht es schon hier, wir sind in Windows 7 auf diesem System und wir werden einfach mal versuchen von Windows 7 direkt auf Windows 11 zu upgraden, ohne vorher Windows 10 installiert zu haben. Ich habe das Ganze auch noch nie ausprobiert und ihr seid heute quasi mal so live mit dabei, mehr oder weniger, es ist halt mal so Video ohne Skript und wir probieren uns einfach mal, ob das hier von Windows 7 auf Windows 11 funktioniert. Fangen wir damit an, dass wir uns von diesem Windows 7 System erstmal den Produktkey auslesen, denn den werden wir wahrscheinlich benötigen. Das heißt, wir gehen erstmal hier auf unseren Lieblingswebbrowser. In meinem Beispiel ist das heute mal der Firefox. Ihr seht, das System hier, das war schon lange nicht mehr aktiv. Es dauert alles eine Weile und Firefox hat auch mal erstmal hier ein paar Updates geladen. Ich suche hier erstmal nach Neosoft, denn die hatten meiner Meinung nach diesen Produktkey Viewer. Schauen wir mal hier nach. Hier unten haben wir das Produktkey RecoverOffice Windows CD Key. Das brauchen wir. Also laden wir uns jetzt hier mal die 64 Bit herunter. Ziehen uns mal hier Produktkey heraus. Ah, jetzt kommt hier einmal der Virenschutz. Okay, dann müssen wir erstmal den Virenschutz hier deaktivieren. Also hier Einstellungen. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo das hier überhaupt ging. Erstzeitschutz rausnehmen. Okay, speichern. Ja. Nochmal. Starten wir uns also mal hier Produktkey und hier sehen wir meinen Produktschlüssel. Und nicht, dass ihr euch hier freut, der Produktschlüssel, der ist von Microsoft bereitgestellt. Das ist ein ganz normaler Clint-Installationsschlüssel für die KMS-Aktivierung. Den habe ich hier mal hinterlegt zu Anschauungszwecken. Nicht, dass ihr euch irgendwie freut, hier einen Original-Produktkey zu sehen. Aber einen Original-Produktkey brauchen wir dann noch für die Installation. Aber den kopiere ich mir trotzdem mal raus. Das heißt, rechte Maustaste hier und dann Copy-Produktkey. Also als kleine Anekdote nebenbei. Es ist immer schön, bei den YouTube-Kommentaren zu lesen, unter irgendwelchen Produktschlüssel-Videos, dass sich da manche wirklich freuen und denken, dass ich da einen reellen Produktkey hinterlegt habe. Aber das wird natürlich nicht passieren. Ihr werdet nie einen Original-Produktkey hier in den Videos zu sehen kriegen. Ja, schließen wir das und speichern uns mal den Key ab. Auch wenn das jetzt halt kein richtiger Key ist im Endeffekt, aber trotzdem zu Anschauungszwecken. Ihr solltet euch den auf jeden Fall speichern, wenn ihr das Ganze hier nachstellen wollt. Weil den Key, den werden wir sicherlich benötigen. Gut, dann suchen wir uns mal eine Windows-11-ISO-Datei. Das heißt, wir googeln einfach mal nach Media Creation Tool Windows 11. Also Media Creation Tool Windows 11 gesucht. Gehen wir hier rein. Sind wir original auf der Microsoft-Seite hier. Scrollen hier mal etwas nach unten. Herunterladen, Windows 11 Image. Okay, Windows 11. Herunterladen. Hier Produktsprache auswählen. Nehmen wir Deutsch. Bestätigen. Und die 64-Bit einmal herunterladen. Speichern, auswählen. Okay. Warten wir hier kurz ab, bis Windows 11 hier heruntergeladen ist. In der Zwischenzeit werde ich mir hier mal dieses Skript raussuchen. Die Seite findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Es gibt TBM-Check. Das hatte ich schon bei dem Windows 10 auf Windows 11 Upgrade Video, dass wir hier die Hardware-Voraussetzungen umgehen können. Das heißt, wir drücken hier mal auf RAW und gründen uns das Ganze raus. Also hier alles markieren. Dann STRG-C gedrückt. Dann starten wir uns hier mal den Editor. Fügen das Ganze hier ein. Dann Datei speichern unter. Hier alle Dateien auswählen bei Dateityp. Und hier einfach mal skip zum Beispiel .cmd eingeben. Das Ganze hier mit Enter bestätigen. Editor können wir schließen. Haben wir hier unser Skript schon mal vorbereitet. Dann fürs Update. Und wir gucken mal, wie weit der Download ist. Dauert noch eine Weile. Okay. Warten wir also hier noch so lange ab. Bis gleich. Nach dem Download lassen wir uns das hier mal im Ordner anzeigen. Und entpacken das hier mit 7 Zip. Das direkte Einbinden hier im Windows Explorer war bei Windows 7 noch nicht möglich. Das heißt, wir müssen es hier erstmal entpacken. Nachdem das erledigt ist, müssen wir zuallererst unser Skript ausführen. Das heißt, wir können hier erstmal den Explorer oder den Firefox hier soweit schließen. Und starten uns hier unser Skript. Die Benutzerkontosteuerungsmeldung hier mit Ja bestätigen. Beliebige Taste drücken. Und nun gehen wir hier in den Windows 11 Ordner rein, in das entpackte ISO und starten uns hier mal die Setup.exe. Ja, das Fenster hier, das schließe ich mir. Das brauchen wir ja nicht mehr. Nun müssen wir uns hier die entsprechende Windows 11 Version aussuchen. Das heißt, wir hatten ja eine Pro, also eine Windows 7 Professional. Das heißt, hier wählen wir uns eine Windows 11 Pro aus. Damit das dann mit der Lizenz funktioniert, weiter akzeptieren. Hier können wir jetzt nur auswählen, nur persönliche Daten behalten. Gut, schauen wir mal, was dann hier direkt übernommen wird. Ich gehe jetzt hier unten einfach mal auf weiter. Wie gesagt, das ist ja nur ein Versuch. Wir sehen dann am Ende, was hier geklappt hat. Mal gucken, ob wir uns unsere Programme hier noch mit übernimmt oder ob das doch so was wie eine Neuinstallation wird. Schauen wir mal, also hier auf Ja. So guter Letzt klicken wir hier auf Installieren. Und nun beginnt hier, wie bei Windows 10 da bei dem Video, beginnt hier der Upgrade-Prozess auf Windows 11. Warten wir also hier kurz ab. Beginnt hier also die Ersteinrichtung von Windows 11. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass der Grafiktreiber nicht übernommen wurde. Mal sehen, ob das Ganze doch eher eine Neuinstallation war als ein Upgrade. Aber das werden wir gleich sehen. Warten wir also hier noch kurz ab. Sind wir also hier in der OOB-Einrichtung von Windows 11. Ich nehme jetzt immer die untere Einstellung, also immer, ich sage mal, datenschutzkonform. Klicken wir uns hier durch. Und da sind wir in Windows 11 angekommen. Und wie wir sehen, ist es doch eher mehr eine Neuinstallation geworden als ein Upgrade. Wir sehen hier, dass unsere Programme leider nicht übernommen wurden, sondern wirklich nur unsere persönlichen Daten. Also, na gut, muss man jetzt sehen, ob man das jetzt unbedingt macht. Windows 10 oder Windows 11 vielmehr auf Windows 7 drüber installieren. So richtig einen Sinn hat es jetzt nicht gehabt, wie wir sehen. Persönliche Daten sind zwar hier noch da. Das Skript von vorhin ist noch da. Und auch hier Produkt-Key in der 64-Bit, mit dem wir damals den Key ausgelesen hatten. Aber wie ihr seht, die ganzen Programme, die hier drauf waren, also LibreOffice und so und Firefox und Chrome, das ist alles weg. Das müssten wir jetzt alles hier neu installieren. Wenn ihr dazu einen Weg kennt, wie das trotzdem funktioniert, dann teilt mir das doch bitte in den Kommentaren mit. Denn ich weiß auch nicht alles und ich lerne auch hier immer mit dazu. Deswegen guckt mal, vielleicht findet ihr einen Weg, so etwas zu machen. Und dann könnt ihr das hier gerne mit kommentieren. Gucken wir nur noch mal nach, ob die Aktivierung hier geklappt hat. Also wir gehen mal hier in Start rein und Einstellungen. Und mal hier auf Aktivierung. Okay, Aktivierung, das hat hier funktioniert. Windows wurde mit einer digitalen Lizenz aktiviert. Das sehen wir hier. Also die Aktivierung, die hat funktioniert. Und das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. Ja, in diesem Sinne, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's schön gut. Ciao, ciao. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachtet doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.